Yo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von ArkModware Season Nummer 4 und ja, eigentlich ist dieses Video gar nicht mal so dull, weil wir wurden komplett gewiped das heißt wir haben gar nichts mehr, das Ganze werde ich euch gleich in ein paar Ausschnitten zusammenpacken und ja, jetzt müssen wir uns halt wieder neu aufbauen, das kommt dann nach den Ausschnitten und ich hoffe natürlich wie immer euch gefällt das Video trotzdem wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben und ja, viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Okay, jetzt müssen wir halt hier eine kleine Base aufbauen, dann Metall schmelzen und dann in die Forge, in die Forge Metallbäste und Stuff So und ich hab jetzt auch schon gleich meine erste Lederrüstung und muss ich nicht mehr zu bringen Ich komm wieder, komm halt du zum Teleporter Nein, lauf einfach wieder zu diesen Steindingern hin Okay Warte, ich komm mit Dilo Oh, tschüss Dilo Ich kann dir gleich eine Lederrüstung machen Jetzt schnitt Komm schnell, Gala Ich sterbe Nein Wo bist du denn? Da wieder, ich bin genau da, wo ich gerade war Ja, da bin ich auch Ich bin nicht so nah am Teleporterbauer Hier, weiter, weiter, weiter lauf, weiter lauf So, hallo Ja, hi Lade dich ein Ah ne, lad du mich ein, du musst Für dich So Da fehlt noch ein Teil Welches? Ich hab kalt die Fü- Hast du kalt die Füße? Ja, mir ist trotzdem nur komplett ace-kalt Ja, mir auch Aber es hilft ein bisschen Ich würde mir das nur machen Wir können ja keine Hellblau-Sache machen Was hast du gesagt? Wir können ja keine Hellblau-Sache machen Nee, können wir nicht Einfach Mal respawn Also ich Überlebe easy, weil ich 700 Leben hab Ja, ich halt 100 Pelz, Pelz Aus dir mach ich einen schönen Mantel Alles klar Okay, wie viele Pfeile kann ich machen? 7,60 Sehr schön Meinen Bogen kann ich auch reparieren Läuft Ich bin tot Bau ein Bett Sind zwei Betten schon Oh Auf dem Berg Bro, was ist ein Berg? Ja, auf dem Schneeberg Ich bin am Schnee, aber auf keinem Schneeberg Hä? Wir sind auf einem Berg Ja, ist doch klar Aber wo ist das Bett? Ja, auf dem Berg Ist es bei dir? Nein Ist da, wo du gestorben bist Ich bin auch nicht Ich glaube, lass vorhin Ja, ich komm Wir müssen uns direkt Wölfeln zu Zähmer Ja Und dann direkt Tulas Mit dem Teleporter direkt ins Redwood und Tulas Ja Ja, war ganz wichtig Irgendwo direkt daneben sind die grüne Dinger an Auf dem Stauber, wenn man starbt Was? Dass man sieht, wo man starbt Ne Das sind dann Ne Aber es ist auch der Felper drauf Okay Dann muss ich Auch den Stein Acht und Stein Hier Watt Einfach einen Tropfen Ah, warte, wird schwierig So, jetzt Danke Es war nicht nur einer, aber okay Egal War Schneeco günstig Ja, Mann Riecher Gönner Könntest du vielleicht eben die Betten rüberholen? Mit der Demogun? Ja Wie sonst Ich weiß nicht Vielleicht hast du nicht dran gedacht, dass sie drauf ist oder so Deswegen habe ich sie nochmal gesagt Ja, aber sie ist ja erst bloß drauf Und das ist egal Ruf meins Äh, willst du genau hier bei so vor? Ich werde hier nur ein paar Fortress machen Ja, ja Und das ist nur für die Fortress Das ist eine große Fläche für Fortress und Smithy Und mehr nicht Okay Okay, gut Die Baseballen gehen Ja, genau so Genau so wie die Demog macht Weil wenn hier einer durch den Teleporter geht, könnt ihr einfach uns komplett looten Ja, ja Ich erlern schon mal die Pelzsachen So, ist gut Bro Ähm Oh, nee Jetzt kein Schneesturm Oh Geiler, ich habe Angst Genau deswegen habe ich Bro Gesagt Komm schon, Metallschmerz schnell, ich habe Angst Kannst du vielleicht kurz einen Campfire aufbauen? Ja Nicht Ähm, Campfire, erstmal alleine Nicht gar Angst So, Leute Ja, es ist bloß Campfire 14 oder wie viele willst du? Äh, 2, 3 3, 3, 3 Na gut Dann hast du Fleisch Reintun? Äh, du hattest doch noch was, oder? Oh, nee Ja, warte, ich soll es noch Ich habe es Also, ich habe Warte, ich muss nur eben hier Bam, einmal hier drauf kloppen Einmal da drauf kloppen Zweimal da drauf kloppen Ich will Metallzeug, bruh Ja, kriegste gleich Chill dein Life Bin da Halt, ich habe noch ein Campfire Keine Ahnung, woher Egal, das passt Ne, geil Auch nochmal rin So, Axt habe ich immer noch keine, wer braucht das schon? Ja, du kriegst gleich eine Metal Axe, Alter Hab schon alle gemacht, Alter Aber ich brauche trotzdem Metal Axe Ja, ich auch Brauche jetzt mal eine Machen wir noch ein paar mehr Fortschüsse? Ja, ja, klar Viel, viel mehr 36 brauchen wir Was? 36 Warum 36? Weil dann kann man die immer perfekt aufteilen, die Stacks Ich habe keinen Hyde Ich habe keinen Hyde Ja, warte, ich gebe dir was Hier in die Smithy Wie viel weight hast du geskillt? Ähm, 1300 Weight? Ja, 1300 1300 So viel Danke, ich nehme das ganze Hyde, ne, ich nehme das Dreiviertel Hyde raus Waffen Nahkampf Ach, Pelzding mal Pelzrüstung Ähm, die kostet übelst viel Metall Echt? Ja, Mann Okay, ja, wir haben es nochmal Deswegen erst einmal Metallfarm So, ich brauche Steine Ich habe noch keinen Machst du eine Metall-Axt und so? Ich habe noch nicht genug Metall, ich gefarmt Doch, für eine Axt reicht es Ja, aber ich habe mir auch noch nichts gemacht Macht ihr erstmal eine Pickaxe und dann fahren wir erstmal So, eine Pickaxe Ich mache jetzt erstmal Fortschuss Ja, oder so Ist auch sehr gut Und du machst dann Metall, oder? Ja, bin schon dabei Es buttert schon hier durch, Alter Ich merke es doch Es läuft, es läuft So, jetzt sind die ersten Fortschüsse erstmal gut befüllt Das kann jetzt ordentlich da durchbuddern So, dann haben wir direkt noch ein bisschen Metall rausbekommen Stellst du schon mal die nächsten Fortschüsse auf? 2 Grad Sehr schön Hier, warte, Stein kann ich dir auch droppen, wenn du brauchst Ähm, mir fällt, Stein, wo hast du es gedroppt? Äh, da auf die Foundations Brr, wo? Weiß ich nicht genau Irgendwo hier hin Ja, ja, hab's Okay Sonst holen wir, wir füllen nochmal eben alle mit Holz Jetzt fällt mir wieder Halt Ja, ist in der Smithy Brr, hab's den Berries gegessen Jetzt kriege ich übelstauscht Aber zum Glück schneit's Wir füllen nochmal am besten alle mit Holz Warte, ich bring dir nochmal 500 Stein Stein Bitte schön Ähm, Stein, danke Halt Aber das ist auch nur wenig Ja, warte, ich gehe eben nochmal so Ja Vielleicht nur nur Verzweifert Alles Hier ist ein Ankylo, krieg ich den down Getötet? Mit mir auf jeden Fall Level 130, lass den tapen für Metall Immer auch Können wir gleich machen Warte Ja Dann Berries essen eben bei So Leute, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Ich hoffe natürlich vielmals, hat euch gefallen Wenn ja, drückt den Daumen nach oben Abonniert, um nichts mehr zu verpassen Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch wieder In der nächsten Folge mit einem Start Bis dahin, haut rein Ciao